Letzte Woche haben wir hier auf meinem Kanal über schlechte Gewohnheiten geredet, also Gewohnheiten, die du aufhören solltest zu machen bzw. zu haben. Und heute gibt es den zweiten Teil dazu, also gute Gewohnheiten. Vergesst nicht mehr den Kanal zu abonnieren für mehr Videos zur Art. Es ist ja viel Spaß bei dem heutigen Video, bei den sechs Gewohnheiten, die du anfangen solltest zu machen oder zu haben. Oder wie auch immer man das sagt. Viel Spaß dabei! Also die erste Sache hat mein Leben wirklich so verbessert und zwar ist eine Liste zu machen mit Dingen, die du lernst. Beispielsweise, wenn du gerne Bücher liest und öfter auch so Bücher liest und da irgendwelche Sachen mitnimmst, also irgendwelche Dinge, die du da gelernt hast, dann ist es ja sinnvoll, das Ganze wirklich aufzuschreiben und einen Platz zu haben, wo du das Ganze aufbewahrst. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich ab und zu Bücher markiere, aber das nicht so oft mache, dass ich die Sachen, wie gesagt, eher lieber rausschreibe und an einen festen Ort packe. Da ich die Bücher dann sehr selten wieder reingucke oder nochmal alles durchlese und das dann nochmal so in den Kontext einordnen kann. Oder falls ihr meine Videos hier guckt und euch was auffällt, was ihr gerne behalten würdet und was ihr gelernt habt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne in die Liste reinschreiben. Und ich finde es einfach sehr gut, euch diese Liste öfter mal rauszunehmen und angucke und die ganzen Dinge durchlese. Und der Punkt ist ja vor allem auch, wenn man Dinge liest, dass man sie natürlich behalten soll und dann auch dieses Wissen anwendet. Und wenn man das hat nur markiert in Büchern und nie wieder anguckt, dann bringt es auch nicht, das gelesen zu haben, da man das ganze Wissen ja nicht anwendet. Und deswegen ist es sehr schlau, so eine Liste zu haben oder einen Platz zu haben, wo du das Ganze aufbewahrst, regelmäßig mal reinguckst und überlegst, wie kann ich das eigentlich in meinem Leben implementieren und wie kann ich dieses Wissen wirklich anwenden. So, die zweite Gewohnheit ist, jeden Morgen jetzt allererst an eine positive Sache zu denken. Ich kenne es auch für mich selbst, dass wir so aufwachen und alles an eine Sache denken, die uns gar nicht gefällt und irgendwie, was wir heute alles machen müssen, was wir heute für heute haben, was wir vielleicht in der Schule machen müssen. Und wenn wir dann noch ans Hände gehen, die ganzen nächsten Nachrichten bei Social Media lesen, kann das Ganze ziemlich negativ am Morgen werden. Und allererst ist die Kamera hier sehr nah gerade ran gesumt. So. Ich persönlich mache es jetzt immer so, dass es, wenn ich morgens aufwache, die aller, allererste Sache, die ich denke, eine positive Sache ist, auf die ich mich an dem Moment freue, für die ich dankbar bin und so weiter. Du musst ja nicht an drei Dinge denken, du musst auch nicht an fünf Dinge denken, nein, eine einzige Sache. Und die finden wir wahrscheinlich alle jeden Morgen. Also nicht wahrscheinlich, die finden wir jeden Morgen, ja. Die nächste Gewohnheit ist, auf Fleisch zu verzichten, beziehungsweise mal vegetarisch oder vegan zu sein. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja Veganerin, also ich ernähre mich vegan. Das heißt, ich esse überhaupt keine tierischen Produkte. Und ich glaube, man denkt am Anfang einmal, dass es super schwierig ist. Aber ich kenne mir persönlich nur noch von meinen ganzen FreundInnen und Bekannten, die mir das so erzählt haben, dass es halt wirklich so ist, dass man am Anfang immer denkt, es ist super schwer, aber dann ist es doch nicht so schwer. So geht es vielleicht mal für eine Woche aus oder macht vielleicht mal einen vegetarischen Tag in der Woche oder einen Veganteig in der Woche und passet euch da so langsam ran. Aber das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Gewohnheit. Also, ja, wenn mir eine Sache sehr wichtig ist in diesem Video, das ist, glaube ich, diese Gewohnheit. Und übrigens habe ich dazu auch schon mehrere Videos, also falls du dich für Veganismus interessierst, kannst du dir sehr gerne mal meine Playlist dazu angucken und da würdest du auf jeden Fall ein bisschen Input von mir finden. Übrigens, keine Einwand, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und du findest auf meinem Kanal jeden Donnerstag und Sonntag hier ein neues Video zu genau diesen Themen, die ich in diesem Video auch anspreche. Der nächste Punkt, der mega, mega wichtig ist, ist regelmäßig deine Medikamente, Supplemente, Vitamine, was auch immer du nehmen möchtest oder musst, das auch regelmäßig dann wirklich zu nehmen. Bei mir ist es so, dass ich nämlich Vitamin B12 täglich zu mir nehme bzw. nehmen sollte. Aber, ich weiß nicht, ich bin halt manchmal auch so, dass ich es einfach vergesse oder einfach nicht mache oder nicht daran denke und es hat eine echt schlechte Gewohnheit, das nicht zu machen. Und ich weiß, dass viele auch Vitamin D zum Beispiel zu sich nehmen oder auch generell zu Medikamente, falls du irgendwelche Medikamente eigentlich zu dir nehmen sollst. Und dann ist es eine sehr gute Gewohnheit, das wirklich regelmäßig jeden Tag oder wie auch immer du das machen musst, dann wirklich zu nehmen, das nicht zu vergessen, nicht aufzuschieben und nicht auszulassen. Ich glaube, das Ganze könnte man ziemlich gut mit Habit-Stacking machen. Also zum Beispiel zu sagen, jeden Morgen vorm Frühstück nehme ich das oder jedes Mal, bevor ich meine Zähne putze, nehme ich das. Also je nachdem, wie oft und wann du das nehmen musst. Aber ich würde es dann an einer anderen Gewohnheit anheften, damit es dafür einen Trigger gibt und du das nicht vergisst und wirklich durchziehst. Die nächste Gewohnheit ist, immer deine Erfolge aufzuschreiben und so eine Erfolgsliste zu haben. Immer wenn du etwas machst, was dir da gut gefallen hat oder wo du stolz auf dich bist, schreib das Ganze mal auf und mach dir so eine Erfolgsliste. Ich finde, das kann mehrere Vorteile haben. Zum einen erinnerst du dich an meine ganzen Dinge, die du vielleicht irgendwann schon wieder vergessen hast und zum anderen kannst du das Ganze angucken, wenn du dich vielleicht schlecht fühlst oder irgendwie denkst, dass du gerade nichts kannst. Da kannst du, glaube ich, sehr helfen, dich immer so etwas anzugucken. Aber ich glaube auch, um dich an deine ganzen Stärken und Schwächen vielleicht zu erinnern, beispielsweise wenn du das Ganze mal irgendwann angeben musst oder darüber selbst reflektieren möchtest, was sind eigentlich so meine Stärken und was kann ich gut, kannst du dann auf diese Erfolgsliste zurückgucken. Und ich glaube, das ist eine echt, echt gute Idee. Und das regelmäßig zu machen ist sehr erforderlich. Das würde ich auch mal regelmäßig machen. Der nächste Punkt ist, versuche mal nachhaltiger und umweltfreundlicher zu leben. Ich habe es auch schon in meinem schlechten Gewohnheiten-Video gesagt, da habe ich gesagt, dass ich es komisch finde, wenn Leute die Gewohnheit haben, immer zu sagen, dass sie sich nicht für Nachhaltigkeit interessieren oder einsetzen oder versuchen nachhaltig zu leben, weil ich das so komisch und auch so in Gedanken finde in unserer momentanen Zeit. Aber wie ich auch schon in meinem vorletzten Video angesprochen habe, möchte ich mir halt immer so ein Video machen zum Thema 10 Arten, 10 Wege, wie man ein bisschen nachhaltiger leben kann. Und ich finde einfach, dass dieses regelmäßig mal darüber nachdenken, reflektieren und gucken, wo kann ich mich ein bisschen besser in dieser Hinsicht, eine sehr, sehr gute Gewohnheit ist. Jetzt hast du sechs neue Ideen für sechs neue Gewohnheiten, die du 2021 machen kannst, haben kannst, wie auch immer. Falls du jetzt darüber gewundert und bescheiden möchtest, die du vielleicht nicht machen solltest, dann kannst du sehr gerne mal bei diesem Video hier beigucken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Angucken und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier mal wiedersehen. Tschüss!